Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen, hier ist wieder euer Heinz und wir machen eine neue Runde Pflanzen gegen Zombies. Wir gehen erstmal wieder im Garten gießen, nicht? Oh Gott, alle Durst, alle Durst. Jetzt haben wir hier auch ein Gramm auf Huhn, nicht? Ja, wieder Durst, ja. Blub, blub. Ja, mein Lieben, wir haben ein bisschen Pflanzenpflege hier und mal gucken. Grammophon, Grammophon, Sprühung, Besserschen. Na ja, kleine Pflänzchen, die müssen ja wachsen. Einmal Düngung. Bim, 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 bim. Nochmal Wasser, die Sonnenblümchen. Ja, so ist das, hm? So ist das. Oh, jetzt will ich Düngung. So, na gut, da haben wir ja wieder ein bisschen was haben wir ja wieder. So, ich würde sagen, wir machen heute mal Rätsel, nicht? Letztes Mal überleben, hatten wir Abenteuer und wir machen mal Rätsel. Ja, wo ist denn? Verkettung, Verkettung. Nusini, was ist Nusini? Ach, ich weiß auch nicht. Ne, wir machen heute mal hier. Ach, hier müssen wir ja wieder durchgehen. Ist alle Gehirne, um das Level abzuschließen. Das ist natürlich... Schabierisch ist das. Wie machen wir das jetzt? Wir haben ja bloß die 3 zu alles wohl dort. Hm, das ist schwer, ne? Das ist ganz schwer wieder. Wenn der es nicht schafft, haben wir jetzt Pech. Da haben wir ja schon verworfen. So, der kann erstmal drüber klettern und gibt dann erstmal eine Sonnenblume. So, da haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Eigentlich brauche ich überall eine Leiter, sonst wird das ja nix. Sonst kommen wir ja nie hin. Mal zum Graben haben wir nie. Würde ich sagen. Weil ihr die Nüsse fressen, dann wird der dann auch nix. Ah, da haben wir auch mal Glück gehabt hier und da haben wir Glück gehabt. So. Na, der wird nie weit kommen, denke ich mir. Der wird nie weit kommen. Ja, immerhin hat er ja den Eimer. Achso, ja, nehmen wir jetzt den Eimer lichten. Das ist schwierig. Wir brauchen überall hier noch eine Leiter. Das hilft alles nichts. Sonst wird das nix. Hier oben haben wir auch noch eine Leiter, sonst kommen wir einfach nicht rüber. Das ist irgendwie so einfach. Oh, hier unten brauchen wir wirklich bloß Eindoo. Eindoo, das müssen wir hier auch. Hier unten müssen wir mal einen Eimer lichten rüber schicken. Der war ja nur tiefgefroren. Hier unten müssen wir nochmal einen Eimer lichten nehmen. Würde ich sagen. Würde ich mal sagen. Das ist richtig spannend heute hier. Aber das macht Spaß. Da habe ich den anderen Rechner schon dann im Endlos. Da können wir auch Endlos-Videos produzieren. Im Endlos, wie weit wir kommen. Ja, ha, ha. Hm. Ne, da oben hat es auch geschafft. Wir haben es also hingekriegt, du. Ein Pokal, du und ein Diamanten, du. Haben wir wieder tausend Geld. Hast ein neues Zombie-Level freigeschalten. Dann. Bumm. Oh. Oder machen wir heute mal noch die Kriege. Oh Gott. Ah. Ein Spuckepilz. Noch ein. Noch ein. Und noch ein. So. Da haben wir mal ein Pilzchen. Oh ja. Na gut. Zum Glück haben wir hier das Wort mal erste Mal. Wir müssen ja nicht alle auf E-Mazog kleppern. Bumm. So. Hm. Oh. Wir haben auch noch ein Verwirrpilz, du. Wo stellen wir den? Hinten wir hier oben. Wir haben noch nichts. Gucken wir mal hier unten. Noch ein Spuckepilz. Hm. Aaahh. Brains. Bumm. Ja. Aber ich weiß nicht wer hier mal rauskommt. Achso, nicht der wieder. Das war's. Ah ne, wir haben ja hier noch. Oh, ganz so ist es nicht. Einen Trottel haben wir noch. Einen Dropscope haben wir noch. Da hätten wir das geschafft mit der Verkettung, du. Haben wir heute mal verkettet. Ah. Bum, bim, bam, bum. Oh, du, geschafft du. Und? Okay, Diamanten gekriegt. Servus. Neues Warsen Pressure Level. Neues Warsen Pressure Level. Oh. Oh. Brains. Brains. Oh, jetzt haben wir noch so einen. Ach, du meinige Idee. Mal gucken. So, aber wascht noch platt. Oh, jetzt haben wir hier einen Magneten. Gut, der hat erst mal... So, nächste Reihe. Ach, der mit seiner Sprengerei hier wieder. Oh, wir wissen gar nicht, ob wir die hinstellen sollen. Ach, ne, das wollte ich doch gar nicht. Oh. Na, haben wir Glück, haben wir Glück. Fällt er noch um, bevor das alles... Oh, na, das war jetzt aber... Das wäre ja was geworden, du. Ja, hätten wir ja glatt, hätten wir ja glatt versorgt, hätten wir ja. So, na, da müssen wir jetzt hier unten, damit wir dann Gleichstand haben, nun. Der Dezeppelin. Oh Gott, jetzt haben wir ja auch noch Fliegende. Klauende und Fliegende. Ja, das mit dem Eimer ist so eine Sache, nicht? Und wir brauchen erst mal eine Sonnenblume. Ne, hier unten können wir einen Eimer nehmen, oder? Haben wir es jetzt falsch gemacht? Ach, Prävention. Ja, nur wenn der hier drüber fliegt, nützt das dann nicht mehr, man den... Die Blümchen nicht. Okay, jetzt mal Eis probieren, oder? So, da haben wir noch ein Gehirn, ja. Hier können wir Disney machen. Hier hinten zwar schon, oh, das wird der nicht reichen. Wir brauchen ja noch. Aber wir brauchen ja noch, ja, der muss ja weg. Das sind 300. Ne, jetzt mal 150. 300, das müsste gerade so lang. Ach nee, wir brauchen ja wenn, machen wir ja bloß den Kaktus wegnehmen. Und so, wenn der sich mal beeilt. Und so, bräuchte man das ja eigentlich bloß machen, nicht? Mensch, du, was für Helden sind wir. Und wir haben wieder einen Diamanten bekommen. Weil nur hier kriegt man auch immer ein bisschen die Kohle, ne? Das ist eben alles. So, jetzt haben wir einen Gleichstand. Machen wir nun wieder meine Weise dazwischen. Scary Potter, du, scary... Oh, wir haben kein Rechen mehr, du. Ne, ohne Rechen machst du das nicht. Hauptmenü. Ne, nun, gib mir schon her, das Ding. Ne, nun, ne, ne, neues Spiel. So geht das nämlich. Oh Gott. Oh, wo stellen wir eine Nuss hin? Noch eine. Springen die jetzt drüben? Oh, Schwein gehabt, die mit der Nuss. Haben wir wirklich Schwein gehabt. Ah, scheiße. Ach, da wollte ich sie ja gar nicht hinstellen. Goldmünze. Oh Gott. Oh, ja, mein Brückbergschiesel. So. Jetzt haben wir hier noch einen Feuertipp. So. So, jetzt stellen wir hier dahinter. Und dann gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen, du. Mensch, du, das war ja wieder, das wäre ja was. Oh Gott, wir haben es geschafft. Du, das wäre ja knapp geworden, wäre das ja. Meine Güte. Meine Güte. Neues Warsen-Pressure-Level freigeschalten. Na ja, da machen wir jetzt noch mal eine Runde Rätsel. Oh ja, Wunden. Nicht. Ich kaputt machen. Aha. So. Oh Gott. Ach, da haben wir ja. Oh Gott. Oh, oh. Was macht man hier? Das ist ja ganz was schweres. Am Knoblauch rennen die da alle vorbei. Das ist schwierig jetzt. Das ist wirklich schwierig. Weil wir brauchen wir das erste Mal eine Sonnenblume. Wir brauchen das erste Mal. Ob die das schafft, bis ich hinbekommen. Ob die das schafft, bis ich hinbekommen. Ja, wir haben und hier müsste ich ja nicht drüber hopser gehen. Da ich über den Knoblauch geh. Tja, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Was machen wir als nächstes? So, jetzt haben wir das erste Mal. Wir haben ja hier endlich alles platthaut. Wo müssen wir mal einen Platthauer nehmen. Aber wenn ihr mir das Blümchenblatt haut, ist es ja vielleicht auch nicht so. Das habe ich mir gerade überlegt. So, hier versuchen wir nochmal den. Ich weiß nicht, ob wir die Sonnenblatt kriegen, wenn der drauf haut. Das habe ich nämlich jetzt nie bedacht. Habe ich das nie. Ach, hier haben wir auch ein Schwein gehabt. Dann nehmen wir jetzt hier oben nochmal einen Blattklopfer. Einen Blattklopfer nehmen wir hier oben nochmal. Mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Sonnen übrig. Das ist ja jetzt... Spannend. Und zum Schluss haben wir uns nochmal ein spannendes Spiel ausgesucht, meine Lieben. Bung. Zack. Klatsch. Blatt. Und wir haben wieder einen Diamanten gekriegt. Wir legen hier langsam wieder zu. Ja, meine Lieben. Hauptmenü. Wieder freigeschaltet. Ja, meine Lieben. Das soll es das wieder mal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns dann vielleicht hier. Ja, machen wir das Abenteuer vielleicht weiter das nächste Mal. Ja, mach die Glocke an, damit ihr wisst, ob wir das Abenteuer weitermachen. Däumchen hoch. Nette konstruktive Kommentare. Unkonstruktive Kommentare. Ein oder anderen Abonnenten freue ich mich natürlich. Und sag wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Heinz. Tschüss. 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 Tschüss.